Mit Nummer 26, Lukas! Wir sind da, 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 da! Blast, 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 blast. 90. Minute! Hütte! Reusel, den Fuß hin, nach nächster Tor! Nach dem Spiel war ich sehr emotional, ich bin einfach zusammengebrochen. Die Emotionen waren einfach raus. Dann kamen die Jungs, aber ich konnte das nicht bremsen. Das war einfach spontan. Schöne Momente und das werde ich jeden lang noch in meinem Kopf halten. Ich wollte mich so verabschieden, dass ich was mit nach Hause nehmen kann. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, einen Status und eine Legende zu haben. Ich kann das leider selber nicht so sagen, aber wenn mich jemand so hält, das macht mich stolz, eine Legende zu sein. Von so einem Verein wie Borussia Dortmund. Liebe Borussia-Fans, danke für die elf Jahre. Ich habe immer eure Unterstützung hinter meinem Rücken gemerkt. Und heute auch. Diese Tribüne war super vorbereitet. Danke für alles. Und ich hoffe, ich kann wieder mal vorbeikommen und persönlich Danke sagen, wenn ihr alle da im Stadion seid.